moin meine freunde simon bennett hier aka salty simon heute ein kleines video zu meinem track rabbit projektname rabbit viele von euch haben oder ein paar von euch haben im twitch chat danach gefragt wie ich dann überhaupt angefangen habe mit dem track wie ich die melodien angefangen habe und so weiter und so fort ich werde jetzt hier nur so ein kleines video drüber machen ich werde jetzt nicht komplett den ganzen track auseinander nehmen und komplett aufzeigen wie ich was gemacht habe das habe ich im live stream gemacht auf twitch ist auch in der video beschreibung und auch noch mal hier als einblendung könnt ihr noch mal sehen könnt ihr gerne vorbeischauen wenn ihr bock habt wie ich ein bisschen bisschen mucke mache nicht nur mucke ist auf dem twitch channel sondern auch ein bisschen gaming kram weil es auch zu mir gehört und ich auch ganz gerne mal eine runde zocke also sprich da werden nicht nur musik sachen und nicht nur gaming sachen passieren sondern beides darauf stattfinden auf jeden fall wollte ich jetzt ganz kurz den track ein bisschen zeigen wo gerade der stand der dinge ist beziehungsweise wie ich zu dem punkt gekommen bin und ich werde jetzt hier stück für stück die segmente durchgehen und werde dazu ganz kurz und knapp erst mal erklären wie ich was gemacht habe aus welchen gründen wird aber nicht zu sehr ins detail gehen und ich würde mal sagen dass wir jetzt direkt mal reinspringen und direkt das intro uns anhören und ja dann würde ich mal sagen ab dafür und dann mal auch bei stop ganz simpel intros aufgebaut mit einem layer der einfach nur einen ton vorgibt das kann ich mal kurz zeigen das ist in dem fall der grundton dann habe ich zu dem grundton verschiedene akkorde gemacht beziehungsweise viele stamps gemacht das sieht man auch hier ganz simpel habe die dann mit verschiedenen layern etwas breiteren layer etwas mehr tiefen etwas mehr höhen alles ein bisschen voller gemacht und die zusammen verbunden das sind dann wäre dann im prinzip dieser part hier kann ich nochmal ganz kurz zusammen abspielen ne dass ihr hört also es geht auf jeden fall darum dass man den dass ich den sound im intro erst dezent haben wollte und dass sie sich immer mehr aufbaut dann habe ich quasi von den akkorden die jetzt hier gezeigt also die jetzt hier zu hören waren habe ich halt noch eine abwandlung gemacht sprich es geht noch ein paar noten verändern sich es wird ein bisschen tiefer ein bisschen abwechslungsreich ein bisschen was anderes vieles gehör und zudem habe ich noch im intro jetzt hier einen kleinen effekt gebaut sage ich mal einen kleinen uniken sound dass man einen hohen anschlag hat so ein bisschen was anderes nochmal ein bisschen mehr hall das ist einfach nur ein sound damit es halt noch ein bisschen voller wird ähm wie gesagt ich werde es jetzt ganz kurz und knapp halten hier seht ihr noch äh verschiedene verschiedene ähm effekte die ich draufgelegt habe sprich white noise anschläge ne crash das alles ein bisschen voller wird ich muss dazu auch noch sagen dass das ähm ähm dass das video jetzt hier wo ich gerade aufnehme ist auf jeden fall nicht der komplette äh der 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 track der am ende dann so auch released wird also es ist alles noch work in progress es ist jetzt sehr weit schon aber es noch nicht noch nicht wirklich durchgemischt es ist angemastert sage ich mal es ist noch nicht so das mastering und vorgemischt dass man jetzt sagen kann das ist der fertige track es ist auf jeden fall ziemlich ziemlich ähm äh ziemlich fast fertig wenn man das so sagen kann also es geht auf jeden fall dem ende zu ähm nur dass ihr da äh bescheid wisst ähm ja so dann können wir mal ganz kurz reinschauen achso und wegen den sounds die ich gewählt habe ich wollte irgendwie was locker flockiges sommermäßiges machen also sprich leichte sounds angenehme sounds und nicht zu sehr äh edm mäßig dass das sehr auf die fresse ist sage ich mal ähm genau also da habt ihr auf jeden fall schon mal ein empfinden wie das intro ist dann habe ich hier eine kleine bridge gebaut also der quasi ich nenne es immer ganz gern preloop zum 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 droppen ich weiß gar nicht ob es genau richtig ist mit dem preloop aber ich nenne es immer ganz gerne so ähm werde ich auch direkt mal reinspringen dann könnt ihr mal hören das ist so die der aufbau wo es dann wirklich zu dem drop an sich geht und das ähm werde ich mal ganz kurz ähm abspielen und dazu noch mal ein paar kleinigkeiten sagen wie ich und warum ich das gemacht habe so ne habt ihr schon gehört da geht ein bisschen mehr ab da ist ein bisschen mehr drums da ist ein bisschen mehr fülle da sind ein bisschen akkorde ein bisschen anders ein bisschen was weggenommen im prinzip ganz simpel es sind dieselben akkorde die ich auch im intro benutzt habe nur länger gezogen sprich komplette länge der akkorde durchgezogen und nicht wie hier so stamps benutzt also wie in dem bereich hier stamps benutzt ähm habe hier diesen ich nenne es mal initiator sound dieses hohe gehalle was ich euch im intro da ganz kurz gezeigt habe habe ich hier wiederholt nur ein bisschen tiefer ich werde es nochmal ganz kurz eben anspielen ist ein ganz cooler sound ist ein bisschen analogiger sound würde ich fast sagen ähm und ja dass einfach ein bisschen mehr fülle reinkommt ähm ich habe jetzt hier sind trompeten ich will es mal ganz kurz äh markieren dieser bereich hier das sind die trompeten äh die auch im drop dann gleich auch kommen werden die habe ich äh bisschen äh geschnitten somit dass die nicht komplett wie im refreur oder im chorus wie auch immer dass die dann komplett vorhanden sind und ein bisschen mit dem cut off gemacht sprich da fehlen hohe frequenzen und ähm ist ganz nett ist ein kleiner preloop hat man so eine idee von dem was im drop kommen wird so ähm dann natürlich wieder riser integriert sprich äh ne ein sound der äh der dafür sorgt dass ein riser ist ein sound der zu sagt das ist wie so ein pitch quasi dass es von den tiefen in die höhen geht wie so ein äh excitender das ist irgendwie okay hier geht was los und nee ne also das bisschen mehr aufbauen da ist und äh bassanteile sind drin äh die snares kommen rein und alles ein bisschen voller wie gesagt ich gehe jetzt hier nicht komplett ins detail rein weil dann wird das video viel zu lange werden und ich äh hab die sachen halt schon im äh im live stream aufgeklärt warum und wie ich das gemacht hab im detail äh ja und ähm gut das wärs eigentlich schon fast zum 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 zu dem bild ab äh und jetzt kommen wir zum spannenden part zu dem drop da werde ich aber euch ganz kurz nicht von vor also nicht den drop an sich zeigen sondern wir machen das am besten mal mit dem preloop zusammen dass ihr hört äh wie die wirkung ist äh was im drop passiert das ist Untertitelung. BR 2018 So, da hört man schon raus, ich muss mal ganz kurz hier eben was einstellen, hört ihr schon raus, dass auf jeden Fall deutlich mehr passiert, also sprich, wenn der Build-Up-Part vorbei ist, ist hier noch ein rückwärts gespieltes Piano, das ist dieser Part hier, ist im Prinzip ein Akkord, den ich hier eingespielt habe und der dann quasi rückwärts geloopt wird, also rückwärts abgespielt wird, und nochmal ein paar Tom-Toms, die dazu wirken, dass halt noch ein bisschen mehr Druck reinkommt. So, dieser Sound, so. Und im Prinzip im Drop recht simpel gehalten, wie es halt auch üblich ist, wenn man so Elektro-Pop-Sachen macht. Percussion finden statt, Hi-Hats sind am Start, es ist ein White-Nose-Filter drin, dass ein bisschen mehr Wärme reinkommt, der Bass geht komplett auf, und die Trompeten sind halt komplett am Start, sprich, das ist die Main-Melodie von meinem Drop. Ähm, ist alles noch nicht soundmäßig hundertprozentig, aber, äh, wie gesagt, der Track ist noch nicht fertig, ist noch work and progress, geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung, und, ähm, wie gesagt, es ist noch nicht alles hundertprozentig fertig. Ähm, das ist zum Drop zu sagen, die Melodie kann ich nochmal eben ganz kurz einzeln abspielen. Jetzt nenne ich Cut drauf drauf, nenne ich super. So, recht simpel gehalten, hat auch nicht so lange gedauert, das zu machen, ich glaube, ich habe vorher zwei, drei Versionen anders gehabt mit der Melodie, aber an sich ist sie okay, ich habe noch ein paar Leier reingemacht, die ein bisschen anders klingen. Äh, aber wie gesagt, ich will euch jetzt nur einen Gesamteindruck geben, wie ich dazu gekommen bin, oder wie ich die Sachen mache, damit ich von meinem Bestand aus denke, dass es ein runder Track wird, oder ein runder Track ist. Ähm, da habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal gehört, wie Intro, Pre-Loop, Drop ist, wie das sich, äh, wo der Aufbau da ist, wir können das gerne nochmal einmal ganz kurz zusammen anhören, das werde ich auch nochmal eben ganz kurz hier markieren, dass wir das nochmal bis zu dem Drop zusammen anhören, äh, oder ihr euch zu Hause zusammen anhören könnt, äh, und dann, ähm, glaube ich, äh, kriegst du nochmal ein besseres Gesamtbild von dem, was da genau passiert. Und dann, äh, oder ihr euch zu Hause. Und dann, äh, oder ihr euch zu Hause. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall das gesamte Ding bis zum Drop gehört. Ähm, der andere Part hier quasi, was nach dem Drop kommt und quasi die, sag ich mal, äh, die Sequenz, die von dem Drop zum nächsten Drop kommt, das würde ich jetzt erstmal noch nicht zeigen, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, glaube ich, vor allen Dingen, weil ich jetzt erstmal das nur ein bisschen für die Leute, die nachgefragt haben, äh, ganz kurz erklären, wie und warum ich die Sachen gemacht habe. Ähm, kann auch sein, dass ich ein paar Sachen vergessen habe und so, bitte entschuldige das auf jeden Fall, das ist hier mein erstes Video und ich würde einfach nur, äh, auf die Sachen eingehen, die, äh, wonach gefragt wurde. Und, äh, neue Tracks anfangen. Äh, wie gesagt, nicht nur Musik wird da, äh, wird da laufen, sondern auch andere Sachen werde ich dort machen. Und, ähm, könnt gerne eure Anregungen oder eure Kommentare gerne alle unten reinschreiben. Würde mich freuen mit einem Feedback, äh, wie, wie, wie euch der Track gefällt, ob euch die Musik allgemein gefällt und, ne, was ihr anders machen würdet und so weiter und so fort. Ich bin da auch noch nicht komplett drin in der ganzen Kiste, mach schon lange Musik, aber, ähm, wie ich auch schon im Livestream gemerkt habe, kann man immer noch was dazu lernen, definitiv. Und bin da auch wissensbegierig, was das angeht. Und, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, was das für das Video und, äh, bis dann.